nein bonjour mes mesdames et messieurs und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen video auf meinem kanal ja heute wir haben was anderes als fortnite oder no name heute spielen wir ring of illusion am 16 januar ist ein neues update dafür rausgekommen und zwar liegt jetzt kein schnee mehr und es gibt andere fortbewegungsmittel hier spiel ich mit dem lieben smurz zusammen den ihr da schon in der lobby sieht also ich bin echt gespannt wie sich die map entwickelt hat und so wie das jetzt aussieht alles blablabla ich hab ein loch in meiner legends ich weiß jetzt nicht ob es an also ob es jetzt groß anderen veränderungen gab bist du also gesehen von den waffen hast du gerade geschossen ja weil es verpackt war ich konnte nix sehen ring of illusion immer noch ein spiel was ich unfassbar gerne spiele ich weiß nicht warum genau jetzt so ich finde es einfach geil macht spaß so obwohl ich war eigentlich immer so ein mensch der so von solchen spielen jetzt pubg also was jetzt so mehr realitätslastig sein soll ich immer so gesagt hat naja das sieht mir so zu ernst aus irgendwie keine ahnung aber hier dann stand da eigentlich was willst du sagen ja das ist pubg yang ich schon cool finde aber ich würde es mir nicht kaufen weil es mir sehr zu teuer ist für mich wie viel kostet das jetzt heißt nicht so 30 euro oder so ich weiß nicht wasser aber glaube nicht gemacht haben vielleicht haben sie sonst jetzt fehler angesehen aber wenn man die leitern runter geht dann ist man irgendwie so langsam weil man rutscht da ja so runter ja du stehst doch da oben du keck hä ich werf überhaupt nichts oder mit roller zu fahren wäre auch geil macht doch wie viele von diesen scheiß kick rollen hier umstehen sehr cool mit so einem roller geht er diese zu recht aus dass du gute waffen ja schon ich nicht ich habe irgendwie nur ich weiß schon mal mit dem fahrrad rum äh jawoll ey wie fett alter hä sagst du das nee nee das bin ich nicht oh lol alter what the fuck alter wie fett weil mit dem Fahrrad ist man ja eigentlich auch immer schnell oder hm muss man außer wenn man jetzt bis den Berg auffährt aber oh geil gut dass du hier nicht gelootet hast ich hab einen Sniper gefunden schön für dich und was ist das noch was ist das ist das so ein Negev also so eine alter oh mein Gott ich hab so eine wie so eine Negev gefunden weißt du so ein schweres Maschinengewehr soja hohohoho alter ich freu mich jetzt schon auf meinen ersten Gegner eine Minute 37 Sekunden später NEIN oh oh ich sehe gar bedboy ich gehe ja komm er hat doch geschifft er hat doch geschifft er hat doch geschifft er hat doch geschifft ja ich komm ich komm wir fahren wir fahren wir fahren wir Gegner wir sind Gegner ja und die kann man sich nicht bedarmen t hast du die gesehen wo die waren mhm ich hab niemanden gesehen ja ich stehe einiges da äh Westen seh ich noch nichts seh ich noch nichts ist nur irgendein scheiß Auto ah da oh fuck ah ja ich hab's gesehen ist der tot ne ne weil ich hab's ein Alper da kommt der nächste ne komplette Ortsverstörung wenn der neben mir da schießt ey ja da da wollen wir zu denen hin oder das erste Mal hier ich guck grad ja da guck oh Junge alter wie zieht die denn ich treffe auch überhaupt nichts Alter ich teppel und ähm zieht trotzdem bis zum Mond hoch Alter Alah 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 Hände auf Blatt immer Alah jetzt müssen wir eh in die Zone also ja ich würde jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad fahren also ah ich werd beschossen ich werd beschossen waaah ich weiß aber nicht ich weiß aber nicht oh jetzt alter was ich bin down äh bin du derlich ey ich guck mal der schießt auf mich von Westen ah ich bin down ey ich guck mal wo du bist äh wo die sind weil ich ja irgendwo von da wo du grad hinguckst klar da ist Auto ah da boah wo schießt du denn hin ja die oh das hast du denn scheiße aaaaaaah 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 oh wow blödlost einfach hast du keine andere Waffe ja doch aber die Farmer ist scheiße ja noch ne andere ich hab grad gesehen schießt du mit der Pistole grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr what the fuck du bist überhaupt nicht drauf schießt schon der kommt rechts um den Stein rum der läuft der überläuft dich ah aaaah aaaaah aaaaaaah dann bedanken wir uns natürlich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen, ja. Wir sind zwar, ja, nicht ganz gut abgeschnitten, wie ich an mir erhofft habe. Ja, aber es sind lustige Folgen geworden. Ja, ich denke auch, dass man das machen kann. Lustige Runden. Na, also, ähm, ja, dann würde ich sagen, schalte auch beim nächsten Mal wieder ein, äh. Oder lass es bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.